Leute und damit willkommen zurück zu Spark Challenge bei einer weiteren Folge und diesmal nicht alleine sondern mit dem Flash Shooter dabei ja und der Flash Shooter muss eine neue Welt aufstellen ja der Flash beginnt heute fängt heute neu an du hast mich dazu genötigt ja hab ich auch neue Welt, also Bauwerke natürlich klar, Weltstandard, Cheats aus und Bonustruhen auch aus, haben wir fertig, neue Welt darstellen, Sparks Challenge wir hätten das eigentlich auf dem Server machen können ja ne, ich glaube das ist gar nicht erlaubt, weiß ich gar nicht ich bin der Meinung nur Fingerplayer-Welten und das man aber auch über Skype oder so quatschen kann, ja gut das haben wir ja wir quatschen ja, ja ich muss mich erstmal dran gewöhnen hier hier gibt es ja auch, oh nein hier ist beim so ein Plenty drauf ja, ach du ahnst es nicht, das ist doch neu na gut, 15 Minuten war Regel, ne? ja, 15 Minuten ich such mal weiter Diamanten beim letzten Mal habe ich damit aufgehört dann such du mal Diamanten und ich versuche mir erstmal hier was aufzubauen jo also Stop-Uhr läuft bei mir wieder wenn ihr wieder das bestimmte Geräusch hört dann ist die Zeit fast wieder rum ach so, du hast runterzählen oder was? wenn ihr hochzählt und dann kommt ein Ton bei 15 Minuten 14,55 na gut ich habe die Zeit gerade so am Laufen ein Enderman, alter Schwede, jetzt schon nein, den habe ich angeguckt ich bin ein Trottel ja, wenn du stirbst, dann anfangen und nichts hast, ist ja egal naja kannst du ja noch Seed sammeln hier an deine Zuschauer, die das noch nicht kennen oder überhaupt nicht wissen, was das ist einfach mal in den Link in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken und du machst es mir einfach, ne? danke für die Infos ja du machst es mir einfach, ne? sonst hätte ich das nicht angekündigt, aber einfach mal auf den guten Zahntus hören Zahntus mit 3 A immer ja, wie immer die wollen mich immer so verarschen, er und Johnny oh du bist ein Drecksack und das nächste abgehakt, endlich ich hake mir, wenn ich immer extra schon mal vorab ja und dann mache ich immer noch die Folgenzahl dahinter so, ich kann schon mal das neue Feld gleich schon abhaken ok so, Folge ich weiß ja nicht, ob ich mich hier hinsetze, weil ich bin genau in der Wüste, ey Folge 5 alles gut, wenn du in der Wüste landest, wenn du dann noch ein Tempel findest, bist du gut äh, das waren 8 Diamanten boah, du Drecksack ja ich muss mir jetzt mal das Texture Pack gewöhnen, ey so, das Neumann-Neumfeld ist abgehakt strike so dann haben wir schon mal vier Aufgaben gelöst du bist ein suftiger viel zu wenig, aber naja zählt auch nur Erdunterkunft, oder was? die Unterkunft ist egal du musst nur ähm baue einen Unterschlupf, ein Haus mit Plätzen für Ofen und zwei Kisten und ein Bett ok, also etwas kleines ja du kannst das auch groß bauen, das ist egal ja ja das ist dir überlassen, ob du es schön machen willst, oder hässlich ach nö, wenn dann klopp ich das jetzt hier schnell durch, ne ich hab auch ein Haus, da sind noch nicht mal Scheiben drin nö, ach, brauchst du nicht mal eben schnell durchkloppen, also ich find' aber gut, ey mal wieder ein neues Projekt starten Hexit hat ja auch gestartet jetzt mit uns, ne wir sind einfach nur geil, ich bin hab mich durchgebuddelt und jetzt bin ich direkt schon bei Lava rausgekommen, das ist gut hier ist Gold Gold brauchten wir ja, für Nuggets naja, für den schwachen Goldapfel ja boah, ich müssen was Fins dazu machen, ey jetzt wird's kalt ich hab Eisen jetzt renne ich zurück mach mir ne Tier-Spitzhacke und dann kann ich mir schon mal ähm boah Cheaten Obsidian abbauen, dass ich mir ein Portal bauen kann dann hab ich das nämlich auch schon mal abgehakt Portal ist ja auch ne so ne Sache du bist, ey, das ist gemein ja, ich bin aber schon in Folge 5 und du gerade mal in Folge 1 ja, ich guck mal grad, was waren denn die Erfolge nochmal hier ach Kea, ich weiß das gar nicht mehr man hätte eigentlich mal sagen können äh, schalte alle Erfolge frei oder sowas ja, ist klar, wie lange willst du da denn dranhängen warum, das wird doch alles nachher gut Monster Hunter ist vielleicht nachher schwer aber der Rest eigentlich ja, aber da hängst du trotzdem auch schon recht lange dran ach, ich fand ein bisschen Timber-Mod ohne Witz ja aber, wie gesagt, nur Optifine ist erlaubt ja, und Tech-Jab-Wacks natürlich, wie man lustig ist ja auch meine Uhr, die spinnt aber immer rum weißt du, ich hab ein Countdown-Uhr und eine Stop-Uhr gleichzeitig, ne? boah, die spinnt immer wieder rum und Kühe, geil, ich hab Kühe und Schweine in der Nähe ja, hab ich auch schon gefunden gehabt ja, wegen alle Tiere züchten, ne? ja, ich weiß Pferde wird schwer zu finden das Ding hab ich, dann machen wir noch mal einen Eimer ich will mir keine Lore machen, ich will einen Eimer haben äh, Ofen, 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 Ofen okay, mein Zuckerrohr ich hab bei ein halbes den kleinen See, den ich hier hab, einfach mal ringsherum mit Zuckerrohr zugepflanzt fette Sache ja, wenn man das immer findet, ne? naja, klar brauchst du aber auch für deine ähm, hier, sag schnell ich komm nie auf den Namen ach man, ey, Bücher ja, besonders weil du 15 Bücherregale brauchst ja gut, das ist ja was anderes und da brauchst du natürlich Leder, deswegen brauchst du auch vielleicht die Zucht das ist geil, ich hab Leder ich hab dann Papier ich hab Diamanten mir fehlen nur noch Obsidien, dann kann ich mir ein Verzauberungstable bauen ja, und nimmst du zwei Eimer mit oder so und dann nimmst du Schwitzhacker mit ein Eimer reicht auch schon waren eigentlich alle Werkzeugarten oder nur, äh, eine Werkzeugart, hab ich jetzt gar nicht genau drauf geachtet du meinst, äh, mit Diamanten? genau äh, wo stand das denn? ach so, das ist immer nebenbei offen oder wie? na, ich hab mir ein Zettel ausgedruckt ach so, ja gut, könnte ich eigentlich auch mal machen nachher dass ich das dann abhaken kann und dann auch die Folgenzange dran schreiben kann? ja, ja äh, ja und 6 Minuten sind gerade mal dein ja, 6 Minuten 40 ich bin grad so ein bisschen blöd und finde das nicht ja, ist egal, das ist egal, wenn du es nicht findest weil ich hab nicht grad auch abgehakt, äh, zumindest das gibt Kreidefeld schon mal ja, man hat sich nicht so ganz gehört, weil mein Ava-Szenen dazwischen gesprochen hat na, ist egal äh, was wollte ich noch sagen, was spielst du denn? Verzaubert ein Schwert auf Level 30 müssen, das muss man dann auch noch machen spielst du auf Easy oder auf Normal? auf Easy na gut, spiel ich auch, nicht dass das heißt, uah der spielt auf Normal und du auf Easy, du Pussy ich könnte auch auf Normal umstellen ja klar, aber, ach gut, das ist so eine geile Sache ich mach auf Normal, so ja, mach doch ne, ich bleib beim Easy nö gut, auf einem anderen Projekt, na, weil dieses Diabwurf, da spiel ich einfach nur auf Peaceful, ne? momentan, bin ja nur am Bauen und am Technikquatsch machen ja, nö, ich hab einfach mal auf Normalgestellt so richtig und gegen Monster hab ich jetzt auch noch nicht gekämpft so, ne kleine Unterkunft hier aber ich bin eben auch schon wieder gleich schlafen gegangen, obwohl ich hier nach unten geh aus Hastling Cobblestone aus Hastling? aus Hastling Cobblestone aus Hastling Cobblestone Hastlingen? Hastlingen Cobblestone, so ja, wir sind Nachmacher, wenn wir Hastling sagen, willst du doch, ne? ja, ja, ach egal ich kann, oh ja, geil, Schleck mal aussagen ja so, weiter Getreide, weiter Getreide Fackel setzen boah, hier hab ich voll den Lavafluss tut 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 so, das wollen wir mal schnell ein bisschen Sand abkloppen hier ich glaub zum nächsten Mal bisschen Obsidian Farm ja, du bist gemein, ey boah, ich dachte grad, das wär ein Sandwurm aber wir spielen ja keine Hex-Set oh man ey, voll verwirrt hier mhm ich hab mir die Wasserquille dann jetzt so hin gemacht, dass sie weiter läuft und wenn da unten Lava taucht dann ja, direkt Obsidian ja, direkt Obsidian weg so, erstmal ein paar Sandstone noch herstellen damit ich so in zwei Folgen gleich schon zwei Dinger fertig hab mhm äh wie läuft das hinab, einfach den Link dann bei drunter kopieren unter irgendwelchen Folgen oder wie ist das? äh ne, direkt unter die Folge von ihnen, also die gleiche Folge ok muss das dann sein das heißt, wenn ich jetzt eins habe, müsste ich auf sein erstes Video gehen und dann das da drunter posten ja also, so wie das, also Spark Challenge mhm dann kommt, ähm, in den Klammern also 2 von 30 oder 3 von 30, wie auch immer ja und dann, also das ist dann auch der Titel der und was, wie die Folge heißt, das kannst du selber entscheiden natürlich ja, gut ja, können wir gleich nochmal überreden, dass es da ein bisschen genauer ist, weil kennst das ja immer ich bin ein bisschen verwirrt ja, wie immer wie immer sechs Obsidian hab ich jetzt komm, komm, beeil dich ich brauche Klamm zum Essen, aber das ist egal ich will hier fertig werden gerade mal sechs Obsidian naja, cheater sechs vor allem, ne so ach witter, watt ich mach das jetzt hier zu fünf Minuten haben wir noch äh, ja, also knappe fünf Minuten ja Holz unten rein, jetzt muss ich noch ein bisschen Holz holen Unterkunft hab ich jetzt auch schon fertig also, geht relativ schnell ja, Unterkunft und Bett hatte ich auch recht schnell fertig ja, Bett hab ich nicht, ich hab jetzt noch keine Schafe gefunden ja, aber wir waren gleich Schafe da hab ich Glück gehabt ja, das ist ein bisschen immer so, die kommt drauf an, wo du spawnst ja, ja, du musst ja direkt in der Wüste gespawnt, ne Wüste und daneben ist so ein neues Bion mit so Akazienbäumen oh, gestirbt da oben, du Holzblock also, für Netherpartei hab ich schon mal fertig es sind nur noch äh, vier Stück brauch ich nämlich für, äh wo ja, für ein Zauberbuch ja, für den Zauberbüttisch die Zauberbüttisch ja, so also, drei Stück mach ich noch yeah yeah, also dunkel bei mir nein, 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 nein das ist gar nicht gut und wie gesagt rausgehen und dann Aufnahme beenden ja gut, das kann, das schaffe ich ja wohl ja So, das sollte ich vielleicht noch hinkriegen. Ich habe gehabt in den ersten zwei Folgen, habe ich jeweils zwei Sekunden über gehabt. Also erst ein zweiter und in den dritten und vierter hatte ich da jeweils drei Sekunden. Ja gut. Wie ich das auch irgendwie hingekriegt habe. Keine Ahnung. Ich versuche hier irgendwie ganz schnell das immer abzudrücken hier. Ja, ne, plus minus zehn Sekunden hat er gesagt. Ja gut, das kriegt man ja wohl hin. Ja. Jetzt habe ich gar keinen Cobblestone mehr. Oh je je je. So. Ob Sie, den habe ich schon mal. Äh, knappe drei Minuten. Ja. Weiß, ich sehe das. Ja, ist ja gut. Das ist ja das Schöne an zwei Bildschirmen. Ne, ich habe den zweiten, den sie angeschlossen ist, ist mir rund zu unnötig. Oh so. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Lauf, hau es. Oh. Nein, jetzt kommen die Spinnen. Nein, 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 nein. Hoffentlich habe ich irgendwo Flint. Äh, ich wollte ein Schwert machen, genau. Ein Schwert. Zu den Waffen. Äh. Fäckelchen noch ein paar. Hallo Spinne. Na komm mal her. Hallo Spinny Spinny. Aua. Komm her. Äh. Fäden, jawohl. Natürlich kein Flint. Was ist das, was ich da schon mit machen kann? Hm? Kann man jetzt schon mal eine Angel machen? Mach das. Viele Fäden habe ich noch nicht. Ach ne, ich hab. Brauchst ja eh nur zwei. Zack, Ang. Ja, aber so viel habe ich noch nicht. Kaffee, ha. So. So, Feuerzeug. Dann klatschen wir noch schnell das Partei hier irgendwo hin. Komm, beiß noch mal eben was schnell an. Dann haben wir schon vielleicht mit dem ersten Fisch gefangen. Mir ist das nicht wirklich egal, wie das aussieht. Ich sag. Du brauchst nur noch zehn Blöcke dafür. Ja, ich hab schon Fisch gefangen. Ja, ja. Roher Lachs. Lachs. Hau den Lachs dran. Drei. Nein, ich bin... Zack, zack. Komm mal her. Und das Portal ist an. Yay. Du Sau. Das habe ich auch schon. Also, das sind schon mal drei Sachen, die ich in einer Folge ge... Äh, zwei Sachen in einer Folge. Du hast es gut, ey. Ähm, das nehmen wir mit. Ach ja, wenn ich jetzt Zombies schlage, kommen ja mehr, ne? Oder wie war das? Weiß er nicht. Ja, doch, ich glaube, ja. Oder kommen wir irgendwie vom Himmel gefallen, keine Ahnung. Ich hab nur noch... Nein, ich hab nur noch eine Keule. Also, so wie du? Oh, ich hab nur noch eine Keule. Uh. Ja, dann verreckt doch. Nein, 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 nein. Ich will dich verrecken. Doch. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Zack, zack, zack. Verzerrungstisch fertig. Nice. Sau. Oh, nein, ich krieg Hungerschaden. Jetzt sind wir nur noch die Bücherregale. Nein, ich krieg Hungerschaden. Hm. Eieieiei. Okay, dann betrete ich... Ah ja, ich glaube, ich schmeiße erst mal meine... ...komme meine ganzen Sachen in die Kiste rein. Und betrete das Portal noch schnell. Ja, ich hab schon mal Ruhe und Lachse. Muss ich jetzt jede Fisch sollte noch behalten, oder reicht das, wenn du was anzeigst oder so? Du musst das verhalten. Ja, egal. Deswegen mach den extra Trul. Ne, den verbrenne ich. Ich brauch was zu essen. Naher, Nasenzombie, Thaddeus. So. Thaddeus. Okay. Auslocken. Ja. Ich würde sagen, dann beende ich hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.